Atmung At ease Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Julius und ich wünsche dir erstmal einen wunderschönen Sonntag oder was auch immer für einen Tag, wie wir gerade haben, wenn du dieses Video schaust. Ich bitte dich, falls du neu bist oder falls du meine Videos gerne guckst und halt immer noch nicht abonniert bist, dann abonniere bitte gerne meinen Kanal. Das freut mich sehr und lass auch gerne einen Daumen nach oben da. Das hilft meinem Kanal wirklich sehr. Dann werden meine Videos auch mehreren Leuten angezeigt. Und ja, das würde mich einfach generell sehr freuen. Das wollte ich zuerst sagen. Und jetzt haben wir hier Ikea-Kerzen, mit denen wir nun ausprobieren werden, wie viel ASMR wirklich in Ikea-Kerzen steckt. Denn ich für meinen Teil glaube, dass da einiges rauszuholen ist. Ich hoffe, dass du dich währenddessen entspannen kannst, die Sorgen des Alltags vergessen kannst und dich einfach nur zurücklegst oder einfach gemütlich hinsetzt und dich entspannst. So, ich würde sagen, wir beginnen mit dieser Kerze erstmal mit dem Außengerüst. Da haben wir hier schon mal ein Mandala-ähnliches Bild. Ich weiß nicht genau, warum das hier drauf klebt. Das ist auf jeden Fall im Style dieser Kerze mit dem hölzernen Deckel und die Farben. Das sind, glaube ich, was sind das? Das sind Blumen, oder? Machen wir erstmal damit Geräusche. Fangen wir langsam an. Langsam ist für mich immer schwierig. Nicht nur Tapping, sondern auch Scratching. Wenn man so leicht versucht, das Ganze abzumachen, also so abzuknippeln, kommen da auch nice Geräusche. Also, ich habe nochmal Tracing. Tapping geht hier auch mit den Fingernickeln, oder? Mit den flachen Fingertipps, mit den Fingerspitzen. Und jetzt gehen wir wieder nach unten. Da ist nicht so viel zu holen, glaube ich. Der Sticker. Diese Kerze hat übrigens 100 Stunden Brennzeit. Nennt sich Glaslind, Glanzlind. Natürlich nicht, das ist Schwedisch. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Aber, riecht nach Zimt. Und ein bisschen was anderem. Ich weiß noch nicht was. Ah ja, hier ist Karamell. Ja, Zimtkaramell. Ja, Zimtkaramell. So. Nehmen wir noch nicht den Deckel. Machen wir weiter erst mal mit dem generellen Glas der Kerze. Aber auch hier ist, glaube ich, nicht so viel zu holen. Es bleibt der gleiche Sound. Die Kerze selbst. Macht einfach nur ein dumpfes Geräusch. Ich glaube, damit ist die große Kerze durch. Und jetzt kommt erstmal der hölzerne Deckel, denn der ist sehr vielversprechend. Allein. Allein das. das ist ja schon ziemlich nice. Hier ist noch so ein ja wie nennt man das? Ein Ring. Finde ich persönlich jetzt nicht so. Aber vielleicht bist du ja jemand, dem das gefällt. jetzt die obere Seite des Deckels. ich suche gerade schon Feuerzeug. Der nächste Schritt wird es natürlich sein, diese Kerze auch zu entzünden. Sofort wieder da. So, ich hätte auch natürlich ein Feuerzeug nehmen können, aber ich wünsche Streichhölzer natürlich viel entspannter. Für den ASMR-Content. So. hier ist die Kerze. Stellen wir sie mal auf meinem Knie ab. Hoffentlich hält sie auch hier. noch normalerweise gut und so was. Okay, ich glaube sie steht. Okay, ich hoffe ich kriege das Streichhölz auch direkt an. Da haben wir es doch. Machen wir die Kerze jetzt mal in das Mikrofon. Das war knapp. Guck mal hier. Okay, dann brauchen wir wohl noch einen Streichhölz. Setzen wir es aufs andere Knie. Jetzt mit der Flamme. Ja komm, ich setz kurz auf das Bett. So. Drehen wir sie nochmal richtig um. Drehen wir sie nochmal richtig um. Und dann kommt es mal hier im Feuer. Auch ganz knapp. Aber die Kerze ist an. Es riecht auch schon sehr gut. Dann fehlt jetzt noch die hier. Ähm. Dann machen wir jetzt schon ein Thumbnail. Ich glaube wir machen erstmal die andere Kerze hin. Das sieht doch echt schön aus mit den Zwei-Torten. Okay. Dann stellen wir sie hin und auf zur nächsten Kerze. Diese ist Vanillier. Geruch. Geruch. Mit milchigem Glas. Mit einem abnehmbaren Deckel aber mit Tesafilm festgemacht. Das finde ich sehr geil. Ich liebe ja so Karton-Tapping. Müller. Schmutzung. Die Lenkung. Mit dem aus ist es. Ich bin ein Tchaik. Das ist das. Ich liebe es. Die Lenkung. Ich liebe es. Wir werden mit den Inhalt. Wir werden mit den Äpflegen. Und ich bin mit dem Spannte. Sie erinnere. So, dann müssen wir das jetzt auch erstmal abknibbeln. Eine habe ich schon mal. Das war jetzt auch. Dann drücken wir auch und den Fetten auch, aber hier habe ich noch ein bisschen was vergessen. So, und die Kerze ist befreit. Riecht sehr gut. Riecht sehr sehr gut. So, ich würde sagen, wir machen auch diese Kerze an. Denn hier ist gar nicht so viel ASMR Spielraum aus meiner Sicht. Vielleicht könnte man auch mal hier an der Kerze, aber auch das ist ein sehr dumpfer Sound. Vielleicht auch noch hier so. Wie eine Klangschale. Okay. Ich finde allein das Aussehen der beiden Kerzen super cozy. Gemütlich. Kerzen einfach toll. Das war wahrscheinlich auch das Bild für YouTube. Ja, und ich glaube, das war sie mit auch schon. Und so beruhigend. Kerzen. Ich wünsche dir noch einen schönen restlichen Abend. Oder einen schönen restlichen Tag. Je nachdem, wann du das Video schaust. Natürlich. Und, ja. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Wie gesagt, falls du mich noch nicht abonniert hast, darfst du das gerne tun. Und falls dir das Video gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Und vielleicht auch einen Kommentar. Kommentar. Ich gucke mir immer alle Kommentare an. Und freue mich über jeden einzelnen. Und, ja. Damit wünsche ich dir, wie gesagt, einen schönen restlichen Tag oder Abend. Und hoffe, dass dieses Video dir geholfen hat in jeglicher Hinsicht. Bis Mittwoch. Da sehen wir uns wieder. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Und, ja. Bis nächste Woche. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. So schön. Bye, bye. Bye, bye. Vielen Dank.